Hey, Bitch. Äh, eine Runde noch, dann bin ich sofort da. Oh! Nein! Manu! Slap, 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 slap! Und... Patz! Danke! Ja! Slap, 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 slap! Und nächster bitte! Slap, slap und slap! Ja, wortwörtlich on fire, würde ich sagen. Oh! Oh! Oh, mal gucken, wieviel Schaden ich mach. Guck mal her. Oh! Ja, das lässt sich schon sehen. Na, du kommst dann mal wieder. Ist aber nett von dir. Ha, ha, ha! Oh! Äh, wenn ich die nicht weggemacht hab, dann weiß ich auch nicht. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Ich weiß nicht, ob ich hier sein will. Oh! Oh! Help me! Help me! Oh! 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 Gotcha. Oh. 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 Oh, schade. Es war fast ein gutes Upplay. What the hell? Okay. Wuhu. Hi. Von dem Slap kannst du nicht wegflashen. Der Slap ist allgegenwärtig. Meins. Oh, wie ist der denn, ne? Nope. Auf hier. Ey, mach das Licht wieder an. Ich muss hier fahren. Das Ding hat keine Scheinwerfer. Hallo. Danke. Hi. Lux, komm mal. Komm noch ein Stückchen näher. Und tschüss. Slap. Oh, wir wollten aber alle deinen Arsch. Oh Gott, du kommst doch mal wieder. Ja. Freundchen. Hallo. Oh mein Gott, was zur Hölle ist hier passiert. Ich wollte nur ein bisschen Sillian zugucken. What the fuck macht mein Team hier? What the hell? Also das sieht man hier auch nicht alle Tage, muss man sagen. Dieiphen. Och. Dieiphen. Gehe.